Liebe Freunde und Kunden, herzlich willkommen bei Argo Projekt News. Ich freue mich Ihnen in einer neuen Folge die Weiterentwicklung unseres Programms SOPHIE vorzustellen. Unser Premium Produkt SOPHIE zur Abrechnung und Verwaltung Ihrer Mitarbeiter stellt sich 2014 im neuen Layout vor. Behutsam und nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten haben wir die Version entwickelt. Nun, was haben wir gemacht? Nichts anderes als Ihren Wunsch nach individueller Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes erfüllt. Sie erleben in der Version SOPHIE 2014 eine neue Harmonie in der Farbgebung. Aktuelle Betriebssysteme auf Ihrem PC machen dies möglich und unterstützen diese neuen Features. Als ganz wichtige Neuentwicklung erstellen Sie Ihr eigenes Menü. Wir nennen dies Reduzierung auf das Wesentliche. SOPHIE versetzt Sie in die Lage, nicht benötigte Programmteile auszublenden. Ihre Arbeitsschwerpunkte spiegeln sich dann im Programm wieder. Und wenn Ihre Arbeitsweise an den Office Programmen orientiert ist und Sie sich beim sogenannten Ribbon-Menü wohlfühlen, stellen Sie es einfach ein. Klicken Sie SOPHIE an. Das Online-Handbuch geht an den Start. Sie sehen, SOPHIE in der Version 2014 ist weiblich, konsequent, erfolgreich und jetzt noch schöner. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Wir freuen uns auf die Starung im téléphone. Merуют Sie sich bei Ihnen. DarkestätScript